Wir besprechen jetzt die Teilbarkeit durch 3. Hier gilt folgende Regel. Eine Zahl ist durch 3 teilbar, wenn ihre Ziffernsumme durch 3 teilbar ist. Um diese Regel anzuwenden, machen wir am besten gleich ein Beispiel. Wir haben folgende Zahl 423. Die Zahl 423 besteht aus den Ziffern 4, 2 und 3. Die Ziffernsumme 4 plus 2 plus 3 ergibt 9. Diese Ziffernsumme, die ich erhalten habe, dividiere ich jetzt in einem zweiten Schritt durch 3. 9 dividiert durch 3 ist 3. Das heißt, ich bekomme keinen Rest heraus. Die Zahl 9 durch 3 ist dividierbar ohne Rest. Das heißt, 423 ist durch 3 teilbar, weil ihre Ziffernsumme durch 3 teilbar ist ohne Rest. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem Beispiel 2. Wir haben die Zahl 520. Auch hier bilden wir wieder die Ziffernsumme. 5 plus 2 plus 0 ist 7. Wenn ich jetzt hier versuche, 7 durch 3 zu dividieren, merke ich, es geht zweimal. Ich bekomme aber auch 1 als Rest heraus. Daraus ergibt sich der Schluss, wenn die Ziffernsumme nicht durch 3 ohne Rest teilbar ist, ist auch die ganze Zahl 520 nicht teilbar. Das heißt, 520 ist nicht durch 3 teilbar. Kommen wir zur Teilbarkeit durch 9. Wir sehen, hier gibt es genau die gleiche Regel wie bei der Teilbarkeit durch 3. Die Zahl ist durch 9 teilbar, wenn ihre Ziffernsumme durch 9 teilbar ist. Auch hier wenden wir diese Regel an. Wir haben die Zahl 747 und bilden die Ziffernsumme 7 plus 4 plus 7 ergibt 1118. Wir haben eine Ziffernsumme mit 18. Im zweiten Schritt dividieren wir diese Ziffernsumme durch 9 und erhalten 2 als Ergebnis, also kein Rest. Das heißt, die Ziffernsumme von 747 ist durch 9 teilbar. Und damit ist auch die Zahl 747 ist durch 9 teilbar. Auch hier noch ein zweites Beispiel. Wir haben die Zahl 804. Ich bilden die Zahl 804. Die Zahl 804. Ich erhalte 12 als Ergebnis. Dann dividiere ich im zweiten Schritt die erhaltene Ziffernsumme durch 9 und sehe, ich habe ein ganzes, aber ich habe auch 3 Rest. Das heißt, die Ziffernsumme ist hier durch 9 nicht ohne Rest teilbar und daraus folgt, die Zahl 804 ist nicht durch 9 teilbar. Weitere Übungen findet ihr wie immer auf der Homepage www.meinlernen.at Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Bis bald hier wieder auf diesem Kanal.